Hallo und herzlich willkommen zurück bei ARK mit Sissi und Franz. Ja, und immer noch mit unseren zwei Babys. Ja, aber Babys sind es ja nicht mehr. Es sind ja schon Juvenile. Also, ja, bald. Na, 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 du willst gleich was, gell? Du bist ja fast bei 50 Prozent. Das ist ja super. Du bist ein super Drache. Hängst du da schon fest, oder wie? Ah, jetzt ist er draußen. Du bist ein ganz süßer. So, komm du auch mal mit. Komm mit. Na komm, Grisou. Ja, so ist gut. Braver Grisou. Oh, er mag was. Was mag er denn haben? Er mag wieder mal Milch haben. Ja gut, dann kriegst du jetzt die Milch. Ich hole dir neue Milch, ja? So, noch haben wir ausreichend Milch. Und du müsstest dir auch noch Milch haben, gell? Ja, du hast noch Milch. Sind die nicht schüß, die zwei? Oh, die sind riesig. Warum waren die schon immer so riesig? Oh, Mann. Okay, ich habe endlich, ja, ja. Ich weiß, dass mir die Drachen vom ersten Moment an gefallen haben. Aber jetzt, wo ich ihn dann so quasi vor mir sehe, sage ich noch einmal, oh, wow, ja. Ich mag das Drachen. So, schalten wir mal die UI an. Ich brauche jetzt noch Waffen. Ich brauche nämlich, meine Picke habe ich. Was ich nicht habe, ist das da und das. Das. Und jetzt brauche ich noch die Munition dazu. Die war da. Genau, nehmen wir noch die mit. Dafür lassen wir jetzt bei Werkzeug am besten das, das und das da. So, dann nehmen wir die mit. Ja, nehmen wir es mit. Und ansonsten nehmen wir jetzt nur noch den Vogel. Ja, da musst du dran, Dickschädel. Tut mir leid. Du kannst einfach mehr dran. Das ist ja noch. So. Hat der Dickschädel was zum Essen? Ja, der hat. So. Jetzt ist die Frage, was suchen wir eigentlich? Suche ich einen Tödi. Also würde ich sagen, fliegen wir mal. Oh, jetzt habe ich das erste Mal wieder diskutieren und belastet gehabt. Schauen wir mal. Ob er ihn noch brav aufnimmt. Ja, noch tut er es. Ja, ich probiere gerade mit den Einstellungen ein bisschen rum. Ein ach so toller Ziel im Käfig, ja. Ich hätte gerne einen Tödi. Ich hätte gerne einen Ankylo. Ich hätte gerne einen... Ach, eigentlich will ich noch alles, oder? Also. Oh. Nicht alles, alles, aber vieles. Alles. Alles. Wir können dann da oben auch noch Kristalle holen und sowas. Aber jetzt habe ich keine Spitzsäcke mit, keine Gescheiter. Der Vulkan ist ja gestern noch ausbrochen. Da kommt heute nichts. Das heißt, wir können auch hier in Ruhe durchfliegen. Also, dass man halt ein bisschen heiß ist. Ja, was soll's. Kann passieren. So. Jo. 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 Große Flamme. Immer noch große Flamme. Na gut. Ja gut, wir sind hier direkt bei der Lava. Wer darf das? Obsidian, oder? Ja. Wollen wir das abbauen? Dann sollte ich mir aber doch ähm... wenigstens das anziehen. Falls ist Werkzeug. Richtiges Werkzeug. Obsidian, gehen wir mal da rein. Da hinten hätten wir einen Schnee. Da hätten wir noch mehr Obsidianen. Da hätten wir ein paar Mistkäfer. Wollt das Asche sein? Ja klar. Oder ist der Schnee? Nee, das ist Asche. Oder doch Schnee. Oh, Mammut. Oh, so klein. Beide. Und euch kann ich noch nicht. Welche Schlangen brauche ich gefruchtete Eier? Da habe ich noch keine. Die Gegend schaut auch toll aus, auch wenn ich hier nicht wohnen möchte. Ja, ich fliege ja schon raus. Hör auf zum Stöhnen. Moment. So, er nimmt noch auf. Passt. So. Jetzt sehe ich dafür die Mahnmeldung nicht, wenn es kommt. Gut. Jetzt ist es neblig, oder was? Wie soll ich denn da Dinos finden? Oh. Vielen Dank. Hört schon toll aus hier. Ich lerne doch mal, dass die Stamina regenerieren. Auch eine schöne Gegend hier. Oh, da ist noch ein Kilo. Level? 25. Kano? Kano. Agendavis. Scorpione. Ich friere? Leute, ich habe eine Pelzrüstung an. Sollte ich friere? Sonst noch Wünsche? Ei, 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 ei. Da haben wir diese Hübschen gesehen. Oh, das ist zu klein. Ja, da hinten hätten wir Megaloceres 150. Fetch-Farmer, aber Fetch haben wir echt genug. So. So, wir machen Eis. Hm. Was hat denn der Money da? Die Money, okay. Sorry. Hat man nicht gesehen. Fast weit weg. Hm. Was habt ihr mir alle für Level? 55, 140. 130. 55. 145. Wölfe. Man, das ist Gudelwölfe. Wer war der 140er? Merke ich mir mal. Ich suche aber eigentlich keinen Mammut. Ich überlege mir die ganze Zeit, wo man hier viele Töbis findet. Und hier offensichtlich nicht. Sind wir schon wieder am Eis? Und hier ist es. Ah. Was? Komm mal da unten. Da ist ein Dödi. Was für ein Level hast du denn, du Kleiner? Ach nö, 140? Möchte ich dir was sagen? Ich lade nur kurz mal Stamina und dann noch mal kurz einen Ausflug. Ach du, das kann ich nicht nehmen? Na doch. Äh, Moment mal. Und? Nö? Kann ich wohl nur noch meinen Quetzal nehmen? Ja, dann ist das doch keine gute Idee, weil von da bringe ich dich niemals lebend heim. Aber niemals. Dann müssen wir was Näheres suchen. Gehen wir mal ein bisschen höher, falls die Katzen sind. Ich habe keine Lust auf Tullochuleo-Besuch. Da vorne haben wir das grüne Artefakt. Ein Schneegebiet ist sehr groß. Genau, da haben wir das grüne Artefakt. Überleg nur, wo könnte man dann Lüdi's finden? Dann müssten wir eigentlich drüben bei uns im Redwood suchen. Dann können wir trotzdem schauen, ob wir da was Interessantes jetzt finden. Und wenn nicht, fliege mal kurz ins Wüstenbiomund und holen uns wenigstens alles ab für Kruppeland. So, einmal kurz schauen. Ja, er nimmt ihn auch wunderbar. Ein Raptor brauche ich nicht. Ein Raptor brauche ich auch nicht. Jetzt sitze ich da wie ein Rabe. Okay, die Klotze von oben her gerade. Sie sitzen hier schon auch einfach süß aus. Ach, da unten ist ein Rexy-Level. Was, was, was? Ankylo 135, aber den kann ich wahrscheinlich auch nicht nehmen, oder? Nein, kann ich nicht. Schade. Dich hätte ich gerne gerettet vom Rixi. Aber du wolltest ja nicht. Ja, mittlerweile ist bei mir etwas später. Aber nachdem mich ARC etwas, beziehungsweise mein OBS etwas geärgert hat, haben die Aufnahmen noch ziemlich lang gedauert. Also wir haben nicht mehr heute, wir haben schon morgen. Oh Mann. Hm. Obwohl, von da könnte ich schon rüber zu mir. Ja, ich bräuchte nur ein Schiffchen. Also wenn ich da was finde, geht's schon. Hm. Ich kann ja vor allem mit dem Schiff fahren. Ich muss dann zwar um die halbe Insel, aber gehen tot. Dann müsste ich ja mal das Schiff lehren. Ich schau mal, ob da irgendwas rumlauft. Etwas, was ich auch will. Also ich ziehe mir jetzt nicht irgendwas. Dann muss ich jetzt nicht mehr. Ich muss dann doch mal was tun. Hm. Hm. Ich habe den Stern einfach runtergeworfen. Sozusagen. So, da ist nix. Ja, dann fliegen wir mal rüber auf die Insel. Auf die Wüsteninsel. Ah, wir sind da. Oh. 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 Hmm. Ah, mal landen. Hmm. Motten, aber die braucht man auch nicht wirklich. Die Wüsteninsel hier ist ja quasi friedlich. Wenn ich mir das so anschaue. Oh. Ich weiß, was ich brauche. Moment. Moment. Bitte lass einen roten Doppison. Der ist doch quasi rot. Es hat doch voll gut gezählt. Ja, jetzt. Bitte schön. Du bist auch ein Hübscher. Ja, ich kann nur einen mitnehmen. Ja, Mann. Aha, ich hab dich. Komm her. So, jetzt haben wir einen Chapua. Hat sich schon gelohnt, der Ausflug. Ähm. Ich freue mich auch nicht wirklich. Was für ein Level hast du? 100. Damit bist du mir eigentlich zu klein, auch wenn du eine schöne Färbung hast. Da haben wir ein paar Terror Birds. Ja, ich weiß. Miss, Miss Heinz. Ich bin sehr schwer. Ja, ich bin sehr schwer. Ich bin sehr schwer. Ich bin sehr schwer. Das ist alles. Es ist nicht so schwer. Ich bin sehr schwer. So, ist die, dann holen wir ein bisschen Kaktussepp raus. Wir sind ja eben in Argentavista, der kann das tragen. Öl haben wir jetzt auch schon ein bisserl, also kann man es wieder ein bisschen propellant herstellen. So, ein bisschen Schwefel. So. Da rennen sogar Pferde rum. Okay. Die ganz berühmten Wüstenpferde. Oh, was für ein Level hast denn du? 87. 87. Ach, da unten ist noch einer. 55. Der macht den Lärm. 90, 50, 60. 145, aber den Gali brauche ich nicht. Gali ist echt das letzte, was ich brauche. 50, 90. Manoha noch. Jene Level 150. Äh, muss weg. Kommt, noch so weit, dass ich immer Hygiene erzähle. Oh Mann. Aha, am Kühle 150. Oh, Kühler Koleo 20. Ah, kann der ich mein Agi auch hier? Weiß gar nicht. Aber wahrscheinlich ja. 20 ist er nur. Oh, da ist ein Rock-Elementar 130. Das ist schön. Oh, da ist ein Rock-Elementar. Wo ist er denn? Da. 55, okay. auch zu klein das will kaktus hoffe das film geht nicht bist du nach oben und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder ich bin doch gerade am überlegen ich werde da noch ein bisschen rumfliegen und fliege dann wieder heim und wir werden doch auf der anderen Seite der Insel schauen ob wir nicht ein Tödi finden also würde ich sagen geht es dann von zu Hause aus wieder weiter wenn ich daheim bin ich sage tschüss tschau baba bis zum nächsten mal ach so da ist jetzt noch was aber klappt nicht nope nope tschüss bis zum nächsten mal m Vielen Dank.